Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Retro-Clubs ist angesagt des Magazins für die Spiele von gestern, vorgestern, vorvorgestern und noch viel weiter zurück. Heute nochmal frisch aufgekaut. Ja, ausnahmsweise sind wir einmal nicht live, so wie wir es sonst machen. Also nicht wundern, dass ich nicht direkt da auf jede kleinste Sache im Chat dann anspringen werde. Denn wir haben gerade sozusagen ein aktuelles Projekt am Start, was ein bisschen Präferenz gerade hat, was gerade noch läuft. Wir nehmen nämlich gerade den neuen Plauschangriff auf. Und ich glaube, da ist es okay, wenn wir damit gerade beschäftigt sind, dass wir den Retro-Club einmal vorab aufsetzen. Das macht aber nichts. Dafür habe ich euch eine schöne, sehr, sehr bunte Mischung vorbereitet. Es wird auch die letzte reguläre Folge des Retro-Clubs vor dem großen Schocktober sein. Fünf gruselige Donnerstage. Im Oktober werden wir damit verbringen, uns den Grusel-Games von gestern auf den Zahn zu füllen, uns damit auseinanderzusetzen. Ich werde ein paar schöne, echt vielseitige Horror-Specials vorbereiten. Aber heute soll es noch ein bisschen regulärer sein. Denn letztes Mal waren wir relativ japanolastig. Heute versuche ich das mal ein bisschen bunter zu gestalten in der Richtung, dass wir was aus dem Westen und aus Japan haben. Die große Historie also so zusammenbringen. Und als erstes möchte ich zwei fleißigen Tänzern danken, die folgendes der Sendung gemacht haben. Die 11th Hour. Und da drin ist noch was. Warte mal, wenn ich es hier aufmache. Weil das hat ja nicht so eine große Packung. 11th Hour und ein Spiel namens, hier haben wir es, Burn Cycle für den PC. Ich dachte bisher, dieses Game gibt es nur für das Philips CD-I. Eine alte Konsole von Philips, die wirklich nicht besonders gut war. Mehr ein spielbarer Video-CD-Player als denn Spielekonsole mit Fernbedienung statt vernünftigem Gamepad. In Darmstadt haben die Hübschen aufgelegt. Tim und Schröckert. Und zwei der Gäste haben dort ihnen diese Spiele für mich hier vermacht. Die 11th Hour, ein schönes Grafik-Adventure, von dem ich viel gehört habe, es noch nie gespielt habe persönlich. Aber es wäre potenziell ein Titel, Gott, diese Verpackung wieder zusammen zu kriegen, das ist so schwierig, verglichen mit euer. Ein gruseliges Grafik-Adventure auf sehr vielen CDs verpackt. Das wäre vielleicht potenziell, was, also wenn man hier, ich weiß nicht, ob man es vernünftig erkennen kann mit den Screenshots, wahrscheinlich ja nicht. Guck mal, hier schreien Leute. Es könnte genauso gut hier Adrian oder ihr Stecher dann sein aus Phantasmagoria. Wir werden uns dem potenziell widmen, wenn wir durchsinnend mit Gabriel Knight 2. Oder eben auch Burn Cycle, von dem ich schon sehr, sehr viel gehört habe, speziell in Sachen CD-I aus. Cyberpunk, verrückte Scheiße und schlechte Schauspieler. So wie es gehört, da nochmal der große Dank an die Darmstädter Dancer, die uns das hier vermacht haben. Dazu möchte ich einmal jetzt, um auf ein anderes Thema überzugehen, darauf eingehen, wer dieses Spiel hier kennt, der hat sich mit den japanischen Super-Nintendo-Spielen auseinandergesetzt. Das ist Tales of Phantasia, das erste Spiel der Tales-Reihe, ganz, ganz große Rollenspiel-Serie, die dritt erfolgreichste auf der Welt nach Final Fantasy und Dragon Quest. Was so die Verkaufszahlen angeht, jedes Jahr gibt es mindestens ein, zwei große Teile. In Bälde kommt Tales of the Styria für PS4 und PS3, das wir hier auch auf dem Sender vorspielen werden, wenn es dann zeitig da ist. Tales of Phantasia war eines der umfangreichsten Super-Nintendo-Rollenspiele gesehen. Und das ist gerade jetzt wieder aktuell, weil die Serie hat gerade ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Spiel kam Ende 95 in Japan heraus. Und es hatte was ganz Besonderes, das war eines der wenigen Super-Nintendo-Spiele, das ein gesungenes Intro hatte. Auf dem Modul war tatsächlich ein gesungener Track. Dieses Spiel wurde mehrfach remaked. Vom Super-Nintendo kam es auf die PlayStation 9, auf die PlayStation Portable, wo natürlich auch die Musik dann nochmal aufgebessert und ersetzt wurde. Nicht mehr auf dem Modul mit computergenerierten sozusagen Klängen und Sängern, die da drauf digitized wurden. Dazu gibt es aber jetzt zum 20-Jährigen einen sehr, sehr schönen Soundtrack, den man so jubiläumsmäßig bestellen kann. Und da ist ein schönes Goodie drin, das würde ich quasi als Sammlerstück der Woche euch gerne mal präsentieren. Ich lasse mal eine kleine Mats laufen und da können wir mal die Unterschiede hören, wie sich dieses Intro-Lied, was vom Computer gesungen war, auf dem Super-Nintendo verändert hat über die Jahre und wie es jetzt gerade in dieser Collection ausschaut. Können wir, wir lassen mal raufen und schauen mal rein. Ja, da sehen wir, ihr hört, hört sich alles ein klein wenig dumpf an. Weil das sehr, sehr stark komprimiert werden musste vom Super-Nintendo, damit es aufs Modul mit draufpasst. Aber es ist tatsächlich Gesang. Und damals, als man in Japan das Modul für die Importeure hier, dachte man, hä, sowas kann doch gar nicht funktionieren auf dem Super-Nintendo. Wahrscheinlich müsste von dem riesigen Modul der Song alleine selbst in dieser Version einen nicht beträchtlichen Anteil des Moduls angenommen haben. Das wurde besser, nachdem man knapp sieben, acht Jahre später das Spiel auf die Playstation Portable umsetzte und da tatsächlich das gleiche Lied nochmal neu gemacht hat. In richtig gesungener Fassung. Klingt natürlich ein bisschen besser, verliert ein klein wenig am Charme, finde ich verglichen mit diesem dumpfen Super-Nintendo-Gelöt. Aber wie schon versprochen, von dieser Art, von Mucke geht es in der Collection, das ist hier dabei. Ich schweige mal und wir hören mal zu, wir können gerne mal schön laut machen, Regie gleich. Ausgemacht. Wenn man die Collectors Edition des Soundtracks sich aus Japan importiert, ich bin da stark am Überlegen. Gerade im Moment, ich finde den Soundtrack an sich ziemlich cool, wenn ich mich nicht höre, Motoi Sakuraba hat den komponiert, der viele von den Tales-Sachen und Star Ocean und Dark Souls zum Beispiel auch komponiert hat die Musik. Also ein sehr bekannter und sehr umtriebiger Musiker aus Japan, das jetzt auch noch diese klassische Titelmelodie auf eine kleine Spiellohr umgemacht wurde. Hat ja auch immer relativ viel Bedeutung bei japanischen Games, so Musiken, die auf Spiellohren gespielt werden, auf Chrono Trigger, Zenno Gears, wie sie alle heißen. Denn das Ding ist, der Special Soundtrack kostet schon eh schon sehr viel, wenn man sich den so kauft, ist man irgendwo bei 60, 70 Euro. Ich glaube, da würde man noch ungefähr nochmal 50 drauflegen können, wenn man die Version mit der Spieluhr haben will. Deshalb bin ich noch ein klein wenig am Zögern. Aber als Fan der Mucke und speziell, was sie jetzt damit angestellt haben, cooles Ding. Wer sich dafür interessiert, kann sich im Netz gerne unschauen. Und der Tales of Fantasia 20th Anniversary Soundtrack in der Box, in der Collector's Edition ist da diese Musikbox mit dabei. So, widmen wir uns dem nächsten Thema. Und von computergenerierten, animierten Filmen auf dem PC über japanische Super Nintendo-Rollenspiele gehen wir auf den C64 wieder. Und da möchte ich euch eine kleine Seite vorstellen, die mein Auge erfasst hat. Wir können gerne mal auf den Laptop gehen und ich kann das gleich mal zeigen. Games That Weren't ist eine Seite, die, glaube ich, in England primär betrieben wird, die sich damit auseinandersetzt, zwar hier sehen wir die C64-Abteilung, es gibt da aber auch noch über andere Spiele da viel zu erfahren, die sich mit Spielen auseinandersetzt, die verloren gegangen sind. Das bedeutet, Spiele, die in der Entwicklung waren, wie hier beispielsweise das Simon-Negels' Long-Lost-Road-Routine, das ganz neuer Turbo-Outrun, ein Programmierer, also was Leute programmiert haben und aus irgendeinem Grund sind diese Spiele nie erschienen, die kümmern sich darum, dass sie mit den Entwicklern sich auseinandersetzen, speziell im C64-Bereich, und potenziell einfach mal Discs auftun, wo diese Spiele, die nie rausgekommen sind, nochmal rauskommen, werden vielleicht fertig programmiert und dann da released, damit jeder sich das angucken kann. Und das hier hat mein Auge speziell gefangen. Duffy Duck, Recovered and Released, eines der meistgesuchten, oder besser gesagt der berüchtigsten C64-Spiele, relativ spät ausgekommen, an 1992, das war eigentlich schon das Jahr des Abgesangs für den C64 gewesen, wurde mit Lizenz in England entwickelt, ein Lizenzspiel mit Duffy Duck, ist aber nie offiziell erschienen. Und jetzt wurde das tatsächlich irgendwo hinten im Schrank bei einem der Entwickler gefunden und das Spiel nochmal aufgelegt. Das werden wir uns gleich tatsächlich angucken, ein wenig reinspielen, ich hab's auch schon ein wenig ausprobiert. Sehr interessant, solche Sachen da zu sehen und viele andere C64-Perlen, die immer weiter aufgetan werden. Ein Klon von Armalite sieht man hier, einen Horizontal-Shooter, Horizontal-Vertical-Shooter. Es gab tatsächlich Picross mal dafür gehabt und etliche, etliche andere Sachen. Ähnlich wie wir es mit den Magic Disc und Game On Magazinen machen, hab ich hier gleich nochmal das vorbereitet. Wir können gerne vom Laptop erstmal wieder weg, dann kann ich einmal das Spiel vorbereiten, liebe Regie. Da reingucken und mir ein paar dieser Prototypen hab ich mir angeschaut und das Duffy Duck Spiel auch. Ich geh mal kurz hier auf Laden, was können wir euch da, da. Okay, ah, warte mal, warte mal. Bevor wir das Duffy Duck Ding machen, wir können gerne jetzt schon mal auf das Ingame raufgehen. Da hab ich mir ein paar der Images mir mal geholt, die die Leute dann recovered haben. Was könnten wir denn nehmen? Dann gucken wir mal, ob ich das laufen lassen kann. Gerne aufs Ingame wieder rüber, liebe Regie. Und da wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass sowas hier programmiert wurde. Here you have not a secret part, but a secret preview game. Started some ten years ago and most likely never going to be finished. Press base, okay? Vielleicht erkennt ihr dieses Spiel. Mythos. Battle for Ivano. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Gehen wir weiter. Es ist fucking Legend of Zelda. Die haben tatsächlich ein Zelda 3 und es passt vielleicht. Wir können noch mal kurz auf die Totale gehen, Regie. Weil ich hab passend dazu, wir haben sogar geile Musik dazu, ne? Mein Zelda 3 T-Shirt angezogen, ja? Die Häschenwelt in der dunklen Welt und hier. Passend dazu, es wurde eine Demo programmiert. Gerne wieder aufs Ingame rauf. Ich muss immer gucken, ob ich, kann ich damit jetzt steuern? Ne, ich muss dann immer den Controller wechseln. Wie war das? Alt F10, Joysticks-Port switched. Ja, das muss ich nochmal einstellen. Das wäre immer so die Kunst. Welcher Controller ist eingestellt? Auf dem... Auf dem C64. So, wo war das nochmal? Alt 8. Zurückgehen. Und... Oder war das Menü über Escape? Über Escape war's. Ich hab ganz vergessen, wie die Menüs hier funktionieren. Mit dem Teil. So. F10 war das Menü, alles klar. Also, mal gucken. Äh... Options. Input war Alt I. So. Adapter-Port muss man einstellen. Oder? Adapter-Port war es noch. Genau, Adapter-Port 1 und 2. Ich glaube, es spielt sogar der falsche Sound hier ab. Und ich denke schon, das ist ja keine C64-Musik. Da muss ich nämlich was abstellen. So. Das ist nämlich für später in der Sendung gedacht. Ach, guck mal. So ist das, ne? Da muss ich das hier nochmal ausmachen. Der Controller, wenn ich ihn bediene, bedient das gleiche Spiel da im Hintergrund auch nochmal. So. Controller-Port-Switch. Ah, schade. Ich kann es nicht bewegen. Ich konnte das zumindest bewegen. Das Spiel ist nicht spielbar. Was wir hier sehen. Es sind nämlich nur ein paar Grafiken gemacht. Ich konnte, als ich die Controller einmal zum Laufen bekommen habe, durch die ganze Grafik, aber auch durch die Häuser durchgehen und durch die Büsche und alles. Es ist einfach nur eine Grafik-Demo, die gemacht wurde. Ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, dass da tatsächlich im C64-Look dann Zelda nachgemacht wurde. Dem war aber nicht so. Das ist was, was wieder zu Tage geführt wurde. Es wurde vor zehn Jahren aufgehört, daran zu arbeiten. Und so was findet sich zum Beispiel auf der Seite wieder. So, dann gucken wir mal, ob wir da nochmal Duffy Duck an den Start bekommen. Weil das hat tatsächlich funktioniert. Wir laden es einmal. Das wurde tatsächlich eben auf Diskettenlaufwerken eines der Entwickler gefunden, der speziell von der Seite kontaktiert wurde. Es war nicht zu 100% wert. Ich glaube, da wurde tatsächlich nochmal ein bisschen Programmierarbeit investiert. Aber von dem, was ich bisher gespielt habe, also mich wundert's, dass dieses Game damals nicht rausgekommen ist. Ist zwar ein typisches C64-Game, was sich ein bisschen hakelig spielt, ein bisschen adventureig, undurchsichtig, wo muss ich Items einsammeln, was muss ich machen. Aber geile Mucke. Hat's auch. 92 entwickelt. Hightech-Software. Aber ich fand's sehr interessant als Kuriosität. Und vor allem sehr interessant für jemanden, der sich mit der Geschichte solcher Systeme und Games auseinandersetzt. Wie viele verlorene Games, halbfertige Sachen sich auf Disketten, Alten noch befinden mögen. Da ist es schön, dass man in der Zeit des Internets solche enthusiastischen Leute hat, die sich dem annehmen und das machen können. Programming Graphics, David Saunders, Esley Rutledge. Die meisten Sachen, die diese Seite hat, Games that Weren't, sind natürlich primär aus England, weil aber auch in England sau viel entwickelt wurde, was so alte Computer angeht. C64 natürlich, ein bisschen Amiga natürlich später auch noch, aber so Amstrad, Schneider, CPC und wie sie alle heißen, die Dinger Waren oder Spectrum ZX, das war ja der Hauptcomputer in England. Da finden sich echt viele verlorene Sachen. Da Daffy Duck bei Digital Design. Mal gucken, dass der Controller gleich funktioniert. Hatte sogar wirklich ganz gute Musik. Die Steuerung hat einigermaßen funktioniert. Ich glaube, man kann durch das Spiel auch ganz gut durchsetzen. Man muss immer auch dran bedenken, als ich es ausprobiert habe, wie kann ich nochmal das machen? Wie funktioniert jenes und anderes? Weil du einfach nur einen Knopf hast. Einen Knopf und ein Steuerkreuz, was du anstellen kannst. Okay. Music. Press Fire to Start. Machen wir nochmal Alt. Jetzt haben wir auf Deutsch. Obwohl, da oben sehe ich die deutsche Flagge. Press Fire to Start. Will das Gamepad nicht? Dann machen wir nochmal Alt-I. Input. Joystick Adapter. Calibrate Adapter. Der müsste ja eigentlich... So. Das Gamepad erkennt er. Ja, weil es ist immer eine Kunst. Bei diesen Dingern. Joystick Device 1. Okay. So. Ah, es läuft. Sehr schön, sehr schön. Also schaut mal in ein C64-Spiel aus dem Jahre 1992. Ich kann mit Duffy hier herumlaufen. Ich kann springen. Der Hund ist uns wohlgesonnen. Keine Angst. Der ist hier angestellt auf dem Backlot der Warner Brothers. Ich kann auf diese Gegenstände draus springen. Es gibt mir Punkte und ich verliere keine Energie. Ich kann sie aber nicht killen. Anscheinend. Was ich anstellen kann, ist meine einzige Taste gedrückt halten. Und, warte mal, und reingehen in die verschiedenen Gebäude. Und es wird einem nicht gesagt, was man anstellen kann, was man anstellen sollte, sondern einfach mal schauen und rumprobieren. Ich kann auch mit dem hier oft dann reden. Ah, guck mal. Tatsächlich auf Deutsch. Hallo Kumpel. Wie geht's? Irgendwelche Tipps? Hey, hilft das vielleicht? Du fieser Kerl. Was machst du da? Mark Anthony heißt der Hund. Hallo Kumpel. Hallo Duffy. Äh, wie geht's? Ich bin ein bisschen hungrig. Oh, wir können dem vielleicht was zu essen bringen. Irgendwelche Tipps? Das Tor muss aufgemacht werden. Hey, hilft das vielleicht? Nein. Ich habe auch keinen Gegenstand, den ich ihm gegen kann. Ich kann nur einen Gegenstand zur Zeit halten. Du fieser Kerl. Tschüss Duffy. Oh, was machst du da? Ich suche den Essenskorb. Okay, dann drücken wir einmal Q. To exit. Da muss ich einen Essenskorb finden und mich einmal hier umschauen, wo ich den finden kann. Guck mal, hier ist Geld. Aber kein Essenskorb. Das Geld bringt mir nur Punkte. Schade, dass man die wirklich nicht irgendwie killen kann permanent, ne? Das nervt mich ein bisschen. So, aber kann ich den Aufzug? Der Aufzug ist nicht da. Okay. Kann ich den rufen? Nee, von hier aus nicht. Aber ich muss vielleicht den oberen Stock nehmen. Das habe ich nämlich auch schon ausgelotet. Hier, so, gedrückt halten und hoch. Kann ich die Leiter hier hochklettern? Durchs Fenster. Und? Oh. Ich habe nochmal Geld gefunden. Was liegt da? Looneykarte. Okay. Kann ich den Aufzug hier rufen? Da ist der Aufzug tatsächlich. Okay. Wie kann ich ihn bewegen? Hoch, runter. Also irgendwie konnte ich ihn nochmal bewegen, aber ich weiß jetzt die Eingabe nicht. Aber ich springe einfach mal aus dem Fenster. Ist ja okay. Ist ja eine Ente. Der landet wieder. Wo kann ich diese Looneykarte benutzen? Ich kann nochmal hier mit Schweinchen schlau reden. Porky Pig. Dem kann ich auch sagen, der fieser Kerl. Hallo Kumpel. Oh, da ist das Deutsch nicht richtig drauf. Mir geht's, äh, danke. Okay. Der hat immer gestottert. Hast du B-B-Bonbons? Hilft das vielleicht? Nee. Es hat nicht geholfen. Es hat das Spiel zum Absturz gebracht. Ich sollte also nicht die Karte an Schweinchen schlau geben. Dann laden wir das doch nochmal neu. So. Als Acht. Wo haben wir denn so Daffy Duck? Oder kann ich da vielleicht mir ein bisschen Zeit sparen, dass wir das Intro nicht nochmal gucken müssen? Nee. Es funktioniert leider nicht. Einmal will ich es nämlich noch probieren. Schade. Ich habe gehofft, dass ich ihm die Bonbons kehre. Vielleicht hat es auch, dass wir es in Deutsch umgeschaltet haben. Aber ihr seht, also dieses Spiel hätte wahrscheinlich nochmal ein bisschen Feinschliff gebaut, dass da tatsächlich auch schon deutsche Texte drin waren. Ist ein wenig verwunderlich. Dass sie sich so viel Mühe gegeben haben. Und Aufwand reingemacht haben. Es gibt eh jede Menge C64-Spiele, die heutzutage in keinerlei Listen auftauchen, die ich noch ganz gut kenne. Da hat man ja damals von vielen Verwandten und Kumpels, die selbst ein C64 gehabt haben, hier, nimm mal diesen Haufen Disketten und schau mal nach, was du damit anstellen kannst. Ich habe lange Zeit, das muss von meinen holländischen Verwandten gekommen sein, weil ich habe Verwandte in Holland und auch in meinem Alter da. Und ich hatte lange Zeit auf dem C64 eine Fahrschulsimulation. Es war so eine Fahrschulsimulation, wo man isometrisch, also aus so einer Dreiviertelperspektive von oben so auf den Verkehrsplatz fahren konnte und dann Ampeln halten. Aber der komplette Text war auf holländisch. Also ich weiß, dass ich die, warum auch immer, das öftere Mal gespielt habe. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Aber an dieses Spiel kann ich mich noch gut erinnern. Und kein anderer Arsch kennt es, weil es wahrscheinlich eben nicht typisch zu den ganz großen Games auf der Plattform zählt, dass man mich daran erinnern kann. Und solches Zeug, das ist durchaus mal möglich, dass es dann auftaucht. So, ich will Daffy Duck weiterspielen. Boah, das könnte man es vielleicht sogar durchspielen, wenn man es auf Englisch lässt. Vielleicht, ne? Können wir gleich mal checken. So. Er soll froh sein, dass es so kurz ist, das hier mit dem Laden, wenn ich mich daran erinnere, was ich dann warten musste auf Datasette manche Spiele. Na, zurückspulen die Kassette, dann eine Viertelstunde auf Play drücken und hoffen, dass das Spiel beim Laden auch nicht irgendwie sich verschluckt. Und dann abstürzen und dann muss man nochmal 15 Minuten laden. Da ist das dagegen hier schon fantastic. So, müssen wir gleich im Hauptmenü sein. Okay, jetzt habe ich es mal auf Englisch gelassen. Merken, nicht die Karte dem Schweinchen geben. Ich glaube, ich rede mit dem Schwein jetzt auch nicht. Mit dem Hund hat es funktioniert. Ich will nicht nochmal riskieren, dass es da ist. Aber, ich suche den Essenskorb. Da ist nochmal ein bisschen Geld. Guck mal, da ist noch eine weitere Tür. Warum auch immer diese laufenden Filmklappen mich essen wollen, das verstehe ich nicht. Oh, ist das der Essenskorb? A bag of candy. Ah, Bonbons. Okay, jetzt muss ich doch zum Schweinchen. Oh, ich hoffe nicht, dass es nochmal abstürzt. Das wäre schade. Hier, will this help? The wooden ladder is broken. Okay, die Holzleiter ist kaputt. Du bist abscheulich. Ah, guck mal, auf Englisch ist es viel schlimmer gesagt. Goodbye, Duffy. Nein. Aber okay, dann habe ich ihm die Bonbons schon gegeben. Wie geht es dir? Ich bin... Fine. Okay, dann gehen wir mal raus. Okay, er ist tatsächlich wegen dem Deutschen abgestürzt. Und nicht wegen dem Englischen. Er hat mir erzählt, dass die Holzleiter kaputt ist. Das ist natürlich etwas, was mir nicht so weiterhilft. Mich erinnert dieses Spiel auch an etwas, was ich auch gespielt habe. Jack the Nipper. Sagt wahrscheinlich keinem einen was. Das war auch so ein, wirklich so ein Genre, so ein Side-Scroller-Adventure, wo man Gegenstände eingesammelt hat, durch die Stadt gegangen ist. Aber man hat ein Baby gesteuert, namens Jack the Nipper. Statt Jack the Ripper oder was auch immer das da ausdrücken soll. Und da musste man irgendwie so Baby... Ah, da ist die Leiter kaputt. Alles klar, ich verstehe. Die Leiter, meint er. Ist dahinter vielleicht das, was ich haben wollte? Moment, ich gehe nochmal kurz rein. Nach was sieht das aus? Ein Apfel und ein Donut ist da oben. Okay, kann ich den vielleicht benutzen? Ah, nee, das geht nicht. Guck mal, ob ich ihn berührt habe. Ein bisschen Energie hat er mir abgezogen. Das ist auch wieder sehr gewöhnungsbedürftig, das Steuerkreuz. Die Tür ist abgeschlossen, okay. Das Steuerkreuz nach oben zu drücken, um zu springen, weil man ja nur einen Knopf hat. Also haben so ziemlich alle C64-Spiele das benutzt. Das ist eine Lunchbox. Oh, ach guck mal, und da ist das verschlossene Tor. Okay, das ist aber... Das wollte doch der Hund haben, ne? Will this help? No. Hi there, Buster. Have you any tips? The gate needs a locking. What are you doing? I'm looking for the Lunchbox. Ach, das war nicht die Lunchbox. Es ist eine Lunchbox. Aber es ist noch eine... Muss ich da was reintun in die Lunchbox? Will this help? No. Och nein. Die gute Lunchbox. Muss ich da vielleicht einen Donut reintun? Das könnte es sein, ne? So. Ey, Parallax-Scrolling hat das auch. Seht ihr? Wie hinten das blaue Gebäude in einer anderen Geschwindigkeit entlang läuft. Das ist ja strange. So. Hier lag ein Donut rum, ne? Ne, den hab ich schon. Ah, hier lag... Hier war das Geld. Wo war der Donut? War der oben? Es gab einen, der nicht versteckt war hinter der Leiter. All die kleinen Kids, die damals dachten, wo bleibt denn das Daffy Duck-Spiel? Ich warte immer noch drauf. Ah, guck mal. Sobald ich die Karte aber nehme, hinterlässt er die Lunchbox. Ich kann tatsächlich nur einen Knopf haben. Kann ich mit der Karte vielleicht den Aufzug benutzen? Also oben kann ich springen, unten kann ich ducken und irgendwie Sachen aufnehmen. Wenn ich gedrückt habe, den Knopf... Ja, ich kann die... Ich weiß nicht, wie man den in Bewegung setzt. Aber der will wahrscheinlich eh nur zum unteren Stockwerk hin. So. Und hier unten... Oh, mit dir wollte ich gar nicht reden. Äh, willst du das haben? Nein. Er wollte die leere Lunchbox nicht mitnehmen. Hier war kein... Ne. Oh, wieso ist denn da wieder Geld? Habe ich das nicht schon längst genommen? Ach, wahrscheinlich bevor es abgestürzt war. Habe ich das genommen. Ah, lass mich da mal. Sowas hat sich damals verkauft, ne? So klassische Lizenzsachen. Würde das Gesicht von Daffy in der Mitte eigentlich dann immer toter werden? Ne? So ein bisschen so Duke Nukem Style. Oder so Doom Style. Je mehr man auf die Fresse bekommt, umso härter. Ne. Kommt leider nicht weiter. Ich weiß aber auch nicht, ob es daran liegt. I'm a bit hungry. Jetzt habe ich die Bonbons aber schon... The Gate Needs Unlocking. Die Bonbons sind in einer anderen Show gegeben. Ich weiß natürlich nicht, ob es daran liegt, dass der Groschen nicht fällt. Oder, dass das Spiel einfach kaputt ist, weil es eben nicht fertig programmiert wurde. Sieht aber trotzdem ziemlich gut aus. Hat eine funky Mucke. Schweinchen schlau. Ne. Aber gut, ich glaube, wir haben einen gut genügend Eindruck von diesem Spiel bekommen. Ich werde einmal noch ein bisschen was anderes laden. So. Gehen wir nochmal zurück. Was hat denn hiervon noch einigermaßen funktioniert? Es waren auch so Spiele, die so halb fertig, halb unfertig waren. Last in der 4 war leider nur eine Tech-Demo. Aurum. Können wir mal starten. Das war auch nicht schlecht. Oh. Falscher Knopf natürlich. Alt 8. Alt 8. So. Dann laden wir das nochmal kurz. Ein bisschen Zeit haben wir von der Werbung noch. Das wäre sogar was, was ich potenziell hier spielen könnte. Geht nämlich darum, dass man ein Grafik-Adventure umgesetzt hat, was es nie offiziell im Laden gegeben hat und das tatsächlich auf Holländisch war, was jetzt sogar nochmal auf Englisch übersetzt wurde. Do you want to cheat? Nein, brauche ich nicht. Aurum. Aurum ist der Begriff für Silber. Ne. Oder? Der wissenschaftliche Begriff für Silber. Da kann man sich ja sicher sein, dass es auf jeden Fall Gold wert ist. Dieses Game. Da ist es. Oh, guck mal. Was für eine Graphics. Was für eine geile Mucke. Willkommen zu Aurum. Love of the Better Adventure. Yet another adventure designed by John Dr. J. Wanderfahrt? Nein, Wanderart. Return. Ah, das muss ich schön tippen. Wir suchen nach einem versteckten Schatz. Der, oh, und den Gigantikus. Den größten Diamanten in der Welt. Und dieses Game, da steht schon, es ist ein Textadventure. Also ein Textadventure mit leichter Bebilderung. Sowas wie Spellcasting 101, so wie sie heißen. Hier ist der Commodore-Key. Alles klar. Und ihr seht, das soll ein In und den Tisch darstellen. What is your move? Table is covered with writings in charcoal and blood. Da steht was auf dem Tisch. Read table. Klappt das? Reading. In the woods is a hidden monster. Scheiße, kann ich nicht lesen. North. You can't go there yet. East. Man musste die Windrichtung angeben. Da, oh, wir haben was Neues gefunden. Wir haben den Forest gefunden. Enter Forest. Das Spiel muss das natürlich auch verstehen. The verb is invalid. Okay, jetzt go north. Thorney Bushes. Help. Hilf mir aus diesem Wald heraus. I don't know this. Yes, sure. Yes, I don't know. Ja. Alright. Sorry, but the real adventurer sorts it out by himself. Ja, danke. Da sagt dieses Spiel, dass es mir helfen soll. Und da hilft es mir nicht. Aber auch ein weiteres verlorenes Game, was jetzt zu Tage gefördert wurde. Die Website heißt GamesThatWeren't, also Spiele, die nicht gewesen sind.com. Und wer da mal ein bisschen stöbern will und über Duffy und Aurum hinaus schauen will, was da alles dabei ist. Da sind auch viele schöne Infos, also alte Scans von Zeitschriften mit drin und anderes gelönt. Und auch über andere Hardware und Konsolen verlorene Spiele. Aber natürlich primär viele vom C64. Der kann sich gerne einmal umschauen. Wir gehen gleich einmal kurz in die Wäuern, wenn wir zurückkommen, machen wir einen kleinen Themenwechsel. Da werden wir ein paar frischere Games auszeigen. Bis gleich.